Ja meine Freunde was geht ab bei euch? Ich zeige euch hier am Start am Mubitsch Mittwoch. Bevor wir loslegen drei Sachen. Als erstes vielen vielen Dank für das nette Feedback unter dem letzten Video und vielen Dank für die ganzen Kommentare. Es ist echt cool dass ihr so aktiv dabei seid. Ist das ein Meisterwerk? 24%? Ja viel zu schlecht. Vielen Dank dass ihr so aktiv dabei seid und euch über diese Videos freut. Das freut mich sehr. Es dauert natürlich erstmal wieder seine Zeit bis genug Leute auch davon mitbekommen dass ich wieder Bumbitsch Videos mache. Aber ich freue mich dass es doch bei einigen sehr gut ankommt und ich ein paar glücklich machen kann. So was wir hier nehmen. Das wird sich im laufe des Videos entscheiden. Da müssen wir gleich mal zurückgreifen. Ich sage euch gleich was wir vorhaben und ihr seht unten rechts schon mit was wir heute angreifen werden. Nummer zwei. Was haltet ihr davon wenn ich nächsten Samstag am... ich schaue ganz kurz nach. Die Daten habe ich nicht auswendig im Kopf. Am 27. März Bumbitsch streame. Das wäre der erste Bumbitsch Stream auf Twitch. Was haltet ihr davon? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde dann ab 17 Uhr streamen beziehungsweise um 17 Uhr. Meistens ist es so fünf bis zehn Minuten nach 17 Uhr. Ich muss dann immer alles einrichten und das war jetzt der erste Bumbitsch Stream. Würde mich sehr freuen wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr auch dann zuschauen würdet. Link zu meinem Twitch-Channel ist in der Beschreibung. Falls du nicht auf den Link klicken willst, ich heiße da X7 Live. Ja mit V und nicht mit F. Ja ansonsten ja also würde mich mal interessieren was ihr davon haltet. Ob die Zeit passt, ob der Tag passt und ja schreibt einfach was dazu in den Kommentaren. So zum heutigen Video. Also wir haben als allererstes Abfahrklar. Unser Boot ist übrigens jetzt aufgewertet und ich hatte recht es geht auf 24. Boah das wird eine Aufgabe. Jedenfalls haben wir Abfahrklar und ich habe es zuerst mal mit Medics getestet und dann meinte Tomi, nee nimm mal lieber die Grenadiers und dann habe ich jetzt für dieses Video zu den Grenadiers gewechselt. Ich wollte es erst mal mit den Medics testen, aber anscheinend sind die Grenadiers sinnvoller. Zu meinem Hintergrund, ich habe mit Skulltron sehr 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 selten gespielt, weil sie mir, weiß ich nicht, zu teuer damals glaube ich waren von der Energie her, aber eigentlich ist das gar kein großes Problem. Ich spiele immer sehr gern mit sehr viel Energie, aber okay. Eigentlich sind die ganz cool. Nur das Problem ist, die müssen natürlich nur aufgewertet werden, also die können noch viel besser werden und wenn wir die Boote auf 24 bringen, können wir auf jedes Boot noch einen extra Abfahrklar packen. Das heißt, meine aktuelle Power kann ums Doppelte gestärkt werden. Sogar noch mehr, wenn wir hier die Level-Ups dazu zählen. Also das, was wir heute sehen, ist nicht das finale Ergebnis. Die Abfahrklar können viel, viel, viel stärker werden. Nichtsdestotrotz möchte ich heute mit denen spielen. Und kommen wir zur letzten Sache, die ich ansprechen wollte. Ich habe gemerkt, dass die Leute irgendwie mehr Statuen haben als ich. Und da dachte ich so, what? Das kann ja nicht sein. Ja, man kann den Bildhauer upgraden. Das habe ich, das habe ich erst vor kurzem gemerkt. Deswegen wird es heute zeigt, den Bildhauer abzugraden. Das heißt, wir versuchen, ungefähr 3 Millionen von allem zu bekommen. Das wird ein Spaß. Willkommen zur nächsten Boost to Max Folge. Wir boosten die wichtigsten Sachen. Truppen-CP, Truppen-Schaden, Kanonenboot-Energie und Ressourcenbelohnung. Und dann können wir im, ne, ich meine, ich habe 1.278. Dann können wir demnächst hier ein, welch noch mehr herstellen. Wahrscheinlich nehme ich dann ein Truppen-Schaden oder ein Kanonenboot-Energie. Je nachdem, für was ich mich entscheide oder was ich als nächstes bekomme. Das war dann Spaß. Beginnen wir mit einer kurzen Nachricht im Chat. Mein Handy wollte aus dem Herz schon einen Döner machen, weil ich den gestern als Emoji auch verwendet habe. Weil gestern drei Freunde von mir Emojis gegessen haben, Döner gegessen haben und ich war sehr neidisch. Und heute isst auch wieder eine Freundin von mir Döner und ich kriege können. So, legen wir mal los. Dr. T ist auch da, der bringt uns nicht so viel Loot. Wir müssen erstmal ein wenig mit den Squads schon üben. Deswegen greifen wir am besten erstmal eine Base an, die vielleicht nicht so stark ist. Die dennoch ein bisschen Loot mitbringt, wo wir vielleicht ein bisschen üben können. Das ist ein klassischer Kandidat mit seinen grünen Statuen. Oh Gott, ich hasse diesen Greifer. Die sind so schwer. So tanky. Das heißt, was machen wir mit Squads schon? Wir haben letztens die Strategie von Tomi gesehen, der einfach so sneaky hinter das HQ gefahren ist und alles kaputt gemacht hat. Das war mega nice. Gefährlich für uns sind auf jeden Fall Boomkanonen und Schockwerfer und halt diese Greifer. Wenn wir halt von links, ich will hier in diese Region reingehen, dann müssten wir eigentlich nur die Boomkanone ausschalten, die hier nicht und die hier. Also die zwei Boomkanonen sind wichtig und der Greifer. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Energie wir brauchen zum Droppen. Wir brauchen 8, 16, 24, 32, 40, 48 Energie. Und wir wollen dann natürlich auch irgendwann shoppen. Dann schaue ich mal, wie viel Energie wir verbrauchen, um den Greifer kaputt zu machen. Bin ich mal gespannt. Ob wir das überhaupt hinkriegen. Ah, okay. Es ging. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas verschwendet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann arbeite ich demnächst sofort schon mal an dem hier. Ich sollte es vielleicht nicht übertreiben, aber hier kriegen wir ein bisschen Energie zurück. Das passt. Und wir haben noch genug, um die zu droppen. So, ich weiß nicht, welchen Helden man am optimalsten mit Abfucklern kombiniert. Das könnt ihr mir gern in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt einfach mal den hier verwendet. Wir werden gleich jetzt shoppen, bevor er einen Schuss abfeuern kann. Wahrscheinlich werden wir dann als nächstes hier hinten den Schockwerfer shoppen. Mit, naja, nicht mit der Boomkanone, sondern mit den Kanonen daneben. Das sieht ganz gut aus. Wir machen jetzt mal hier den nächsten Schock. Okay. Das läuft auch ganz gut. Ich lasse sie da unten nochmal ein bisschen aufräumen. Und dann lasse ich mich jetzt hier erstmal versammeln. Mache jetzt hier nochmal den nächsten Schock rein. Und guck mal, wie das Ganze läuft. Bin bisher sogar relativ zufrieden, muss ich sagen. Ja. Passt eigentlich ganz gut. Unser Dude ist da unten. Und wir haben jetzt alles soweit vorbereitet. Wir gehen jetzt erstmal nach da hinten. Ich will nicht, dass die Abfuckler Opfer werden. Können wir den retten? Das wäre jetzt ziemlich nice, wenn wir den irgendwie retten könnten. Und dann mit Energie den irgendwie wieder zurückholen könnten. Kriegt gerade keinen Schaden. Soweit, so gut. Bin bisher zufrieden. Ich droppe da mal ein Med-Kit. Und werde jetzt hier drauf schießen. Und dann fehlt noch... Wieso geht der, der schon eh fast kaputt ist? Nach da vorne. Okay. Wir haben jetzt einen verloren, leider. Aber ist okay. Ist okay. Wir gehen jetzt nochmal von der Seite rein. Und werden jetzt alles aufs HQ gehen. Ich weiß, ich habe die Fähigkeit von unserem Typ gar nicht benutzt. Also von unserem... Von dem hier. Der wird sowieso nichts angreifen. Oder aktivieren in dem Bereich. Weil keiner auf den schießt oder so. I don't know. Aber das war ganz gut. Wir haben einen leider verloren. Ansonsten keinerlei Problem. Der hat Gott sei Dank, dank seiner grünen Statuen, sehr viel Loot. Sehr viel Loot. Das ist sehr schön. Und wir sammeln ja auch Gold. Das ist sehr wichtig für heute. Weil wir definitiv hier irgendwas aufwerten wollen. Die erste Reihe ist ja komplett durch. Hier wichtig für uns wären halt alle offensiven Sachen. Scorcher zum Beispiel wären ziemlich cool. Ja, ich glaube Scorcher wäre ein gutes Ziel, wenn wir das heute schaffen. Die 4 Millionen. I don't know. Die drei Diamanten nutzen wir jetzt für die Truppen. Wir wollen ja mit voller Power angreifen. Ansonsten könnte es nach hinten losgehen. Alles unter 200.000 Loot können wir erstmal austauschen. Das würde ich nicht. Da kriegen wir die Diamanten zurück. Fast jedenfalls. Wie viel hast du denn? Naja, nicht so viel. Die haben nicht so viel Loot. Der hat nicht so viel Loot. Gehen wir mal zum nächsten. Welch hat der mehr? Naja. Naja. Auch nicht so viel. Wir tauschen den mal aus. Ich möchte mindestens von allem 200.000 haben. Das wäre halt schön. Oh Gott ey. Ich hätte nicht tauschen sollen. Das würde ja immer schlimmer. Wir wollen ja heute was aufwerten. Wenn ich alle austausche, dann haben wir am Ende nichts mehr. So. Der hat hier 200.000. Die Base sieht... Die Base ist stark, oder? Ich bin nicht so gut mit Scourchern, wie gesagt. Ähm. Deswegen... Muss ich mich da echt zusammenreißen, um das auch vernünftig hinzubekommen. Wichtig wäre wahrscheinlich... Hier können wir schön im 3er Cluster stunnen. Wichtig wäre wahrscheinlich, dass ich die schnell ausschalte. Und dann mache ich hier mal einen Raketenwerfer rein. Ich bin mir unsicher. Ich kenne mich mit Scourchern nicht so gut aus. Wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Meine Einsatzkommando-Kollegen kennen sich da bestimmt sehr gut aus. Ich arbeite mal an den zwei Sachen hier. Leider steht hier nicht viel zusammen, dass man nicht so viel gleichzeitig kaputt machen kann. Können wir erstmal hier dieses zwei Sachen kaputt machen. Das ist ganz in Ordnung. Lohnt es sich jetzt nicht eher, sogar von der linken Seite rein zu gehen? I don't know. Wir gehen mal rechts rein. So, ich warte ein bisschen mit denen. So. Dann schocke ich jetzt hier mal. Wir können, wie gesagt, die halt noch mega weit upgraden. Wenn wir dann dieses Boot noch extra haben. Und wenn wir dann auch noch die Truppen extra dazu haben. Also da kann man wirklich sehr viel noch rausholen. Wir versammeln uns nochmal hier. Chil hier mal. Können wir das mal aktivieren? Ich will das gerne mal aktivieren. Ein Scorcher von uns ist kaputt gegangen. Oh oh. Achso, ich habe die Boom-Kanone nicht mitgeschockt. Das war ja doof von mir. Und links stirbt noch einer. Dieser Base werden wir jetzt einige verlieren. Ich frage mich halt, wie das aussieht, wenn wir dann wirklich, ähm, wenn wir dann am Ende nur noch unsere Grenadiers haben. Die Grenadiers sind schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ob das überhaupt funktionieren würde. Aber also abgesehen von den Raketenwerfern, die dann kaputt schießen könnten. Aber wenn die jetzt weg wären. Irgendwie den Helden, der gefällt mir nicht so sehr. Vielleicht könnten wir den austauschen. Gegen was anderes. Das wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller. Ich glaube, wir schaffen das bei dieser Base hier aktuell nicht. Ich glaube, das wird, ähm, das wird unser Untergang sein. Was für ein Comeback. Was für ein Comeback. Oh mein Gott. Ich hätte nichts gegen den Helden sagen müssen. Oh mein Gott. Wir haben so alle Scotcher verloren. Aber wir haben die Base noch irgendwie besiegt. Und ein bisschen Loot eingesammelt. Oh mein Gott, ey. Das war, das war ja ein Spaß. Gott sei Dank nur vier und das geht irgendwie. Das ist voll günstig heute. Nice. So, sehr gut. Nicht sehr gut angegriffen, aber sehr gut von der Belohnung. Ja, der hat wieder viel zu wenig Loot. Neue Base. Hast du mehr Loot? Der hat mehr Loot. Ich meine, wir sorgen bei diesen Bases. Die sind irgendwie, die sind irgendwie stark. Aber hier habe ich die Idee. Wie wäre es, wenn wir mit den Scorchern einfach nach hinten fahren? Das wäre doch rein theoretisch möglich, oder? Ich habe keine Ahnung, was diese Kanone macht. Gegen die habe ich noch nie gekämpft. Wir versuchen jetzt was. Wir machen jetzt Smokey. Scorcher. Naja gut, muss ich hier noch üben mit diesen Truppen. Naja. So, machen wir so. Alright. Gut. So, dann können die ruhig jetzt hier alle langfahren. So, ich schicke die Mai jetzt nach da. Und ab hier wird jetzt gesmoked. So. So weit, so gut. Die werden vorne kurz getroffen. Ist kein Problem. Ich warte eine Sekunde, bis die da ankommen. Die können da ruhig schon mal so ein bisschen fahren. Beziehungsweise, die bleiben ja sogar stehen. Noch besser. So, Smoke, Smoke. Wir haben ja jetzt ein bisschen Energie, weil wir nichts kaputt geschossen haben, bis auf diese eine Dings da. Das passt so weit. Ja, die waren da ganz kurz aus dem Dings raus. Aber jetzt sieht eigentlich alles gut aus. Abgesehen von diesem Schockwerfer und diesem... Oh nein, diesem Greifer da. Den habe ich übersehen. Oh no. Oh no. Dieser Greifer macht mir alles kaputt. No. Dieser Greifer. Dieser Greifer macht mir alles kaputt. Shit. Shit, dieser Greifer. Shit, dieser Greifer. Oh mein Gott. Ich muss, ich muss, ich muss hier hin. Ich muss hier hin. Diesen Greifer. Boah, dieser Greifer kann einem alles kaputt machen. Oh Gott. Da sind wir noch mal ganz knapp aus dieser Nummer rausgekommen. Wir haben bisher zwei verloren. Aber oh damn, dieser Greifer. Dieser Greifer. Okay, also guter Hinweis. Danke, Bates, dass du mich jetzt... Dass du mir das auf der harten Tour beigebracht hast. Greifer sind die größte Gefahr für Scorcher. Wenn man abkürzen will oder Trick 17 von hinten einfach angreifen und alles ignorieren, dann muss man definitiv aufpassen, dass ein Greifer nicht einen in die Mitte von der Base zieht und man dann von allen Boomkanonen angegriffen wird. Oh boy. Der dachte... Also wenn der sich das anschaut, keine Ahnung, ob der es macht, denkt der bestimmt auch so... Hahaha. Genau auf meinen Trick reingefallen. Oh mein Gott. Okay, elf Diamanten. Gut. So, Kiste. Wir nehmen... Naja, sieben Diamanten zurück. Warum nicht? Schauen wir mal, ob einer bitte ganz viel Loot hat. Das wäre so schön. Am besten eine einfache Base. Gut, nächste Base. Ich bin nicht... Ich war ja damals... Ich war nie der Panzer-Scorcher-Spieler. Ich habe sehr gern mit... Also meine Lieblingsstrategie über Krieger. All-Suka habe ich dann auch öfter mal in der Operation gespielt. Also früher. Hooker war auch in Ordnung. Und All-Medics oder Heavy... Wie heißen die nochmal? Rifleman. Heavy, Rifleman und Suka habe ich auch gern gespielt. All-Heavys habe ich sehr gern gespielt. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Ja, okay. Versuchen wir das hier mal. Ich bin selbst gespannt, wie ich das angehe. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt noch nicht. Vorne kann man das eigentlich sehr gut kaputt machen. Ja. Okay. Also. Ich will das hier kaputt machen und das hier kaputt machen. Kann man nämlich sehr viel gleichzeitig angreifen. So. Jetzt können wir einmal... Ich glaube, ich mache die rechte Seite hier noch kaputt. Ich versuche es zumindest. Aber ich denke, das passt. Wenn wir hier nochmal drauf schießen. So. Und dann könnten wir das hier noch auseinander nehmen. So. Und dann können wir hier vorne die drei Sachen gleichzeitig schocken und haben eigentlich gar kein großes Problem mehr. Ich sage das so schön, ich gehe auch davon aus, wenn ich den richtig schocken würde, ich Idiot, dann hätten wir kein Problem, wenn wir richtig schocken würden. Deswegen schocken wir jetzt nochmal richtig, damit auch wirklich kein Mist da rumkommt. Und ansonsten haben wir eigentlich gar nichts mehr, worum ich mir Sorgen machen müsste. Nehme ich mal an, zumindest. Ich sehe jetzt gerade nichts, was mir irgendwie Angst bereitet. Diese Base wird jetzt richtig auseinander genommen. Nice. Okay. Das war ja mal ganz gut, ausnahmsweise. Die war jetzt auch nicht schwer. Da habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, aber ja, easy. Jo. Mini-Roboter und unser Held waren eben wirklich so die Rettung in letzter Sekunde. Damn, alles kaputt und der kriegt das noch hin. Ich hätte nie gedacht, dass die das noch schaffen. Ich dachte so, okay, nutz die letzte Energie, versuch es wenigstens. Vielleicht hast du ja noch die Chance, den richtig zu flären. Und dann steht er in einem toten Winkel und wird nicht von der Boomkanone getroffen. Und ja, es hat funktioniert. Gott sei Dank. Und Mini-Roboter haben uns wirklich, also die haben uns wirklich noch geholfen. Das war ziemlich nice. So, wir haben nichts verloren. Bisschen Eisen gewonnen, das ist sehr wichtig. Meistens habe ich immer zu wenig Eisen. Oh, jetzt sind wir ja aufgestiegen. Sehr gut. Meistens habe ich zu wenig Eisen. Aber ja. Na, der hat auch wieder zu wenig. Kommen wir. Holen 9. Was hast du für Loot? Naja, der hat weniger Eisen, aber immerhin, hier steht alles so zusammen. Hier können wir auch schön von hinten wieder Energie farmen. Sollen wir das machen? Ich hoffe, ich verzettel mich nicht, wenn ich das wieder mache. Dann farmen wir halt Energie, aber ich kriege trotzdem nichts hin. Versuchen wir es mal. Hier kann man wenigstens... Ich weiß, hier ist ein Greifer. Ja, den Greifer müssen wir definitiv ausschalten. Und den werde ich auch ausschalten. Diesen dummen Greifer. Das würde mir nicht nochmal passieren. Aber hier hat man wenigstens sehr viel, dass man gleichzeitig angreifen kann. Und ich schieße daneben. Aber es hat trotzdem gereicht. So, das können wir kaputt machen. Jetzt haben wir hier ein Vierer-Cluster, wo ich reinschießen kann. Wir müssen da lenken. Wir müssen ein bisschen Energie auch gleich haben für unsere Abfuckler. Deswegen nicht zu viel ausgeben. Aber so, die wichtigsten Sachen kaputt machen. So, jetzt haben wir hier vorne so ein paar Boomkern und da links noch eine. Das ist gar kein Problem. Sagt Heaven. Jetzt. Und wir versuchen unser Bestes. Soll ich smoke mal jetzt hier hin? So. Werde hoffentlich nicht groß angeschossen. Ein Gönnardier ist gestorben. Das ist kein großes Problem. Wir gehen jetzt nach da hinten. So. Der Smoke dürfte passen. Ich mache noch mit Star ein Smoke. Mehr kann ich sowieso nicht setzen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze klappt mit dem Energy Farming. Ist jetzt so das erste Mal, dass ich sowas teste. Bestimmt ganz okay, würde ich mal sagen. Bist du ein bisschen auf meine Arme Dings Grandier achten. Aber die stehen jetzt sowieso weiter hinten. Also sollte das eigentlich kein Problem werden. Dann können wir jetzt hier an der linken Seite an diesem Ding dran arbeiten. Dass wir hier das kaputt machen. Hier diesen Dreierblock. Naja, okay. Oder so. Diesen Zweierblock. Das war ja auch ganz in Ordnung. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich nehme mal an. Das kriegen wir hin. Wir sammeln jetzt hinten ganz viel Energie. Und können jetzt eigentlich ohne Probleme in Richtung HQ fahren. Ich weiß, hier ist noch ein Schockwerfer, der uns ein bisschen auffällt. Ich hoffe, man hört mich halbwegs gut. Ich rede so ein bisschen. Junge, lauft nicht so weit nach hinten. Ähm, ich gucke sehr konzentriert auf den Bildschirm und nicht so richtig ins Mikrofon. Deswegen, äh, ja. So viel dazu. Aber, easy. Und wir haben nur ein, nee, zwei Grandiers verloren. Das ist okay. Ist okay. Nice. War auf jeden Fall gut vom Blut her. Sehr gut. Schauen wir mal in der Zwischenzeit rein, wer heute da ist. JIT ist wieder da. Hallo Heaven. Hallo YouTube. Hi. Zurück. So. Schauen wir mal, wie viel wir noch brauchen. Also, erstmal. Junge, ich kann nicht dieses Ding anklicken. Arsenal. Wir brauchen hier noch drei Millionen. Okay. Und hier brauchen wir noch eine Million Steineisen. Okay. Kriegen wir hin. Wir können ja auch gleich noch ein paar NPC-Bases kaputt machen. Das geht hier relativ zackig. Versuchen wir noch eine gute Player-Base zu finden. Naja, vielleicht finde ich noch eine besser. Ich will die nicht austauschen, bevor das die beste ist mit dem, vom Loot her. Die gefällt mir. Die können wir so easy. Im Sneaky-Modus auseinandernehmen, oder? Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Wir haben es gerade gelernt. Bei einer schwierigeren Base. Und jetzt müssen wir das einfach ausnutzen. Dass wir das hinkriegen. Und dass wir gut sind. Ja. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und schieße daneben, ich Idiot. So. So weit, so gut. Gut. Ich denke, das kriegen wir hin. So. Wir sind ja Smokemeister, ja? Wir sind Smokemeister. Deswegen gehen wir jetzt da lang. Ich hätte nichts sagen sollen. Aber ja, wir sind Smokemeister. Weil ich da vorne schon betroffen wurde, meinte ich. Ich hätte nichts sagen sollen. So, wir gehen jetzt weiter nach da hinten. Ich weiß nicht, was diese Box da macht. Also, dieser Lautsprecher, den kenne ich auch noch nicht. Ich hoffe, es ist keine böse Überraschung, die mich jetzt gleich da kaputt macht. Das wäre nicht so schön. Ja, und jetzt lasse ich die Leute einfach mal ein bisschen fahren. Und denke, dass die das regeln. Wir haben schon wieder Grand Ys verloren. Aber das ist kein großes Problem. Das Ding wird so easy jetzt kaputt gehen. Ich weiß nicht, was diese Boxen machen. Was machen diese Boxen? Geht zurück, Leute. Lasst euch nicht von diesen Raketen, von diesen Boomkanonen kaputt machen. Ich will nur, dass alle aufs HQ schießen. Nice. Easy. Armagedrin, yes. Aber kein Problem für uns. Sehr gut. Sehr gut. Da haben wir das Loot. Das war einfach ganz schnell mitnehmen. Das war zu einfach. Achso, wir haben noch einen verloren. Ich habe den anderen gar nicht hergestellt. Ach, der arme. Egal. So, ich habe mal ein paar NPC-Bases kaputt gemacht. Oh, okay. Also, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir brauchen nur am besten noch 1,4 Millionen Gold. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Wir haben es wirklich. Wir haben wirklich alles geschafft. Und jetzt habe ich ein bisschen Gold verschwendet. Ist mir egal. Ist mir egal. Wir werten jetzt die Scorcher auf. Bam. Jetzt haben wir ja kein Gold mehr. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Diese 1000 Steine. Damit werden wir jetzt noch irgendeine Base zerstören. Schauen wir mal. Jetzt ist das Loot auch egal. Ich will irgendeine lustige Base zerstören. Die wir aber auch besiegen. Nicht wie... Wir haben... Ich meine, wir haben alle besiegt. Wir haben alle besiegt. Was sage ich da? Wir haben alle besiegt. Der hat sowieso zu wenig Loot. Also tauschen wir mit dem mal aus. Wir haben alle besiegt in dieser Folge. Obwohl ich keine Ahnung von dieser Strategie habe. Der hat noch weniger Loot. Nicht, dass wir jetzt Loot brauchen. Aber trotzdem. Wenn, dann wollen wir den Gegnern ja wenigstens ein bisschen was klauen. Okay. Letztes Mal. Wenn die Leute schon alle ihre Gebäude nach hinten setzen und denken, da kommt keiner dran, dann nutzen wir das jetzt komplett aus und klauen dem alles, was der da hinten hat. Und machen den platt. Und wenn wir dann einfach nur diese zwei Buchanonen ausschalten, dann kann uns im Prinzip fast nichts mehr treffen. Versuchen wir das Ganze mal. Letzte Base. Letzter Angriff. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich hoffe, ich verkalkuliere mich nicht mit der Energie. So, heute hinhauen. Die hat richtig gut getroffen. Das Bombardement auf der linken Seite. Das war richtig nice. Okay. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Boomkanonen sind sehr weit vorne. Okay. Die werden uns jetzt einmal anschießen. Und ich möchte nur nicht, dass meine Armen dings getroffen werden. Deswegen habe ich da ein bisschen eher den Smoke gesetzt. So. Alles klar. Jetzt fahren wir nach da hinten. Oder laufen. Oder was auch immer. Ein Mix aus beidem. Wir haben ja Truppen, die laufen und Truppen, die fahren. Und das sollte reichen, um aus dem Radius zu sein. Ich weiß, die werden jetzt von den Raketenwerfern da hinten getroffen. Deswegen setze ich mal da einen Matkit drauf, damit die ein bisschen heilen. Aber ansonsten können die jetzt ganz schön aufräumen. Und gleich sind die Abwackler vorne. Dann werden die Grenadiers nicht mehr getroffen. Beziehungsweise, ja, die werden, die fahren jetzt sowieso schon nach vorne. Nice. Das gefällt mir. Das ist, glaube ich, so meine Lieblingsstrategie. Wir smoken uns nach hinten. Machen dann alle Gebäude kaputt. Wovon die Gegner denken so, ah, der kann keine Energie bei mir sammeln. Und dann sage ich so, doch. Wenn du es mir so einfach machst, dann nutze ich das auch aus. Und dann freut er sich nicht. Aber wir freuten uns. Und sammeln dann schön Energie. Und machen die Base platt. Und sammeln sehr viel Loot. Und wir sollen jetzt nur nicht wieder zu den Boomkanonen fahren. Deswegen gehen wir jetzt schnell wieder nach da hinten. Und greifen jetzt alle das hier an. Und machen das hier. Und machen das hier mit Minirobotern. Und dann ist das ein Easy Win für uns. Sehr erfolgreiches Video. Sehr, sehr lustiges Video mit dem einen Kampf, wo ich alle verloren habe. In Kampf 2 oder so. Ja, ich glaube, es war Kampf 2. Ja, und hier haben wir nur einen Abwackler verloren. Äh, perfekt. Ich bin, bin sehr zufrieden heute. Sehr, sehr. Äh, wir wechseln mal, ich wechsel mal zu Kriegern. Die sind, ja, sind voller für mich in der Freizeit. Die dauern jetzt 4 Tage. Das Upgrade dauert 2 Tage und 12 Stunden. Alright, wir sind wieder pleite. Hat sich definitiv gelohnt. Ja, ich habe hier noch einige von diesen Münzen. Schreibt mir mal rein, was am sinnvollsten für Abwackler ist. Oder was ihr gerne benutzt. Ich fand, der war okay, aber so oft habe ich den Skill ja nicht benutzt. Ich meine, der hat sonst das Leben gerettet, aber vielleicht gibt es andere sinnvollere Kombis. Schreibt es mir gerne rein. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich habe zwischendurch sehr gerne hier Dr. Kavan mit den Mini-Robotern genutzt, um meine Dings zu heilen. Also meine Grandees zu heilen, aber ob das so sinnvoll ist. Vielleicht ist das hier ganz sinnvoll. Oder das hier, ich weiß es nicht. Naja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Denkt dran, Stream Samstag. Kommt vorbei, wenn ihr denn Lust darauf habt. Und ansonsten kommt auf den Discord-Server. Links in der Beschreibung. So, ich hoffe, euch geht es gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.